gucken wir doch mal was ich dafür interessieren kann die sagten hi irgendwo so um die 700 kilo wäre alter schwede er ist größer den gesehen ist riesig und leute der ist riesig noch mal ihr seht der ist riesig also noch mal sehr riesig da ist auch ein schönes tier eigentlich ist es auch viel zu schade rauszuholen wer ehrlich und komm mal kannst du nicht mal ein bisschen ein bisschen müde werden nur so ein bisschen und ich will jetzt sagen hier ist es nicht so dass der spiel spaß komplett irgendwie auf gibt aber man muss schon irgendwann mal einen sinn dahinter finden und zu sagen okay wie mache ich es am sinnvollsten ihr seht der fisch löste sich vom angelhaken hat mir schon wieder meine route kaputt gemacht und auch meine rolle einen moment nicht aufgepasst und schon ist es passiert leider